Wir bitten ganz besonders für einen katholischen Gäste, der morgen von den IS-Terroristen gekreuzigt werden soll, in Jemen, nehmen wir eben unser Gebet. Gott, unser Vater, Herr, bitte, ich steige uns. Vor dem wir alle unsere Lieben verstorben sind, in deinem Frieden. Gott, unser Vater, Herr, bitte, ich steige uns. Gott, du bist groß. In deine Güte und Liebe, deine Zukunft gibst du in den Boden, damit wir vorstehen, dass wir jeden Abend entüben. Wir reichen dich in Ewigkeit. Amen. 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 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!